Top. Jetzt schauen Sie sich das hier mal bitte an. Nein, das ist keine Reihenhaussiedlung im neuesten Star Wars Film. Diese Hütten gibt es tatsächlich. Und zwar hier bei uns in Europa. Genauer gesagt in Albanien. Das sind Bunker. Über 200.000 gibt es davon. Allerdings wurden sie niemals benutzt. Warum also das Ganze? Wir nehmen Sie mit auf eine spannende Bunkertour. Ja, schönes Statement. Und jetzt wird es bei uns irgendwie lecker und auch irgendwie total interessant. Aber davor gibt es bei uns noch was Tolles zu gewinnen. Ein saftiges Patty, Salat, Tomate, Gurke, Brötchen. Kaum zu glauben, dass in so einem simplen Gericht noch echte Geheimnisse schlummern. Zum Beispiel, dass der Hamburger in den USA beinahe verboten wurde. Oder wussten Sie, dass es einen Mann gibt, der Millionen Dollar damit verdient, dass er Burger durch die Luft schmeißt. Wir lüften für Sie fünf Geheimnisse rund um den Burger. Die hier sind für viele einfach nur Spielverderber. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Denn weggeworfene Zigarettenstummel, wilde Müllhalden oder Hunde ohne Leine. Nicht mit ihnen. Wie hart der Job der Ordnungsamt-Mitarbeiter aber tatsächlich ist, das hat meine Kollegin Claire Oelkers am eigenen Leib erfahren. Und jetzt wird es bei uns total leicht und luftig. Aber davor gibt es bei uns noch was Tolles zu gewinnen. Das war es leider schon wieder bei Galileo. Aber ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Machen Sie es gut. Bleiben Sie vor allem gesund. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017